Im neuesten Woody Allen-Film «Irrational Man» sieht der Philosophie-Professor Abe Lukas den Sinn des Lebens nicht mehr. Als er in einer neuen Stadt arbeitet, kommen zwei Frauen in sein Leben. Die unglücklich verheiratet Rita und seine beste Studentin Jill. Als er und Jill ein Gespräch zwischen Unbekannten mitlösen, verändern das Leben dieser drei Schlagartigen. Eine unterhaltsame Komödie mit dem War Queen Phoenix und Emma Stone. Das Leben ist komisch, oder? An einem Tag steckt man in einem Morast komplizierter, unlösbarer Probleme. Was zum Teufel machst du da, ey? Und einen Wimpernschlag später teilen sich die dunklen Wolken und man genießt wieder das schöne Leben.